Der Babirusa, auch bekannt als Hirscheber, ist ein faszinierendes und einzigartiges Tier, das auf den Inseln Indonesiens heimt. Mit seinem ungewöhnlichen Aussehen und seinen einzigartigen Verhaltensweisen ist der Babirusa eines der bemerkendsten Tiere der Welt. Das auffälligste Merkmal des Babirusas sind seine gewundenen Hauer, die wie Stahlnägel aussehen. Diese Hauer wachsen in den unteren Kiefer hinein und können bis zu 50 cm lang werden. Obwohl sie imposant aussehen, dienen sie hauptsächlich dazu, Äste und Rinde von Bäumen abzuschaben. Der Babirusa ist auch für seine einzigartige Körperform bekannt, die ihn von anderen Schweinearten unterscheidet. Er hat einen kurzen, runden Körper, kurze Beine und einen kräftigen Schwanz.